Grüß Gott dem Togana! Seit 34 Jahren führe ich mein Bruder Berne und mein älter Sohn Michael das Togana. Wir im Togana versuchen natürlich so viele Leute anzusprechen wie möglich. Wir haben zum Beispiel im vorderen Bereich das Café, im hinteren ist unsere Bar und die Lunch. Und im ersten Stock haben wir das Restaurant. Wir versuchen natürlich kulinarisch genauso wie viele Leute anzusprechen. Wir haben speziell im Restaurant eine einheimische Küche. Wir haben mit internationalem Flair unser Küchenchef, der Gerald Unterreiner. Wir versuchen natürlich immer wieder neue Kreationen um die Leute neu zu begeistern. Getränkemäßig schauen wir immer, dass wir ein riesiges Angebot haben. Wir haben zum Beispiel sechs verschiedene offene Biersorten. Wir haben 80 verschiedene Weine, Kaffee, Tee. Überall versuchen wir immer auf einem neuersten Stand zu sein. Also wir versuchen natürlich so viel wie möglich für unsere Gäste zu da sein. Wir haben am Morgen um halb neun ist schon das Café offen. Da bietet es sich natürlich ein feines Frühstück. Am Mittag kommen verschiedene Menüs, wo die Gäste natürlich ganz schnell serviert kriegen, weil die Mittagspause relativ kurz ist. Und am Abend haben wir natürlich auch bis eins in der Nacht diese Kleine gehabt. Da können natürlich die nach einem Konzert und im Kino auch noch was feines essen. Es würde mich natürlich ganz besonders freuen, wenn der eine oder andere, der da das ausschaut oder sieht, zu uns vorbeikommt. Auf ein Schwätzchen vielleicht. Da hat er etwas feines Essen. Ein Plausch mit mir. Mit diesen netten Bedienungen, die ja für alle da sind. Also wie gesagt. Kommen. Schauen Sie euch an und werdet euch überzeugen.